Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Mein Vive Pro 2 Review ist endlich fertig und zwar ist das ein sehr ausführliches Text Review geworden. Warum Text und nicht Video? Ich habe so viele Dinge, die ich euch zum Gerät sagen wollte und wenn ich das als Video gemacht hätte, was ich noch machen werde, wäre es nicht mehr vor dem 31. Mai fertig geworden und ihr wollt ja wissen, ob ihr vor dem 31. Mai vorbestellen wollt, wegen dem 70 Euro Bonus oder nicht und deswegen erstmal als Textform und ich soft launche damit auch meine neue Webseite, die ihr unter MRTV.co finden könnt und wir gucken uns jetzt mal das Review an. Hier ist es, HTC Vive Pro 2, das MRTV Review und das Ganze ist wirklich sehr, sehr gründlich und ausführlich. Da erfahrt ihr wirklich über alles, was ihr wissen wollt, Bescheid und könnt euch dann einfach genau informieren, ob das vielleicht ein Update für euch sein könnte. Ich kann euch jetzt schon verraten, das Gerät ist nicht spannend und kein Must-Have, aber für einige eben schon ein solides Upgrade für Bildqualität und auch FOV. Und da könnt ihr euch mal ganz genau informieren, wie ich das Ganze empfunden habe. Und was auch ganz cool ist, finde ich, ich gebe euch Ratschläge und zwar für jedes Headset, was ihr jetzt momentan habt, ob es sich eventuell lohnen könnte zu upgraden oder nicht und zwar findet ihr das Ganze im Fazit. Im Fazit schreibe ich dann rein, pass auf, hier, für Valve Index Besitzer lohnt sich das vielleicht oder für Reverb G2 Besitzer. Wie sieht es da aus? Wie sieht es aus mit Vive und Valve Pro Besitzern? Dann lohnt es sich da vielleicht, zu Vive Pro 2 hinüber zu wechseln. Und auch Pimax Besitzer und Quest und Quest 2 Besitzer kommen da auf ihre Kosten und dann am Ende nochmal eine Zusammenfassung. Also sehr, sehr ins Detail. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch ein Video dazu bringen in der nächsten Woche, aber jetzt könnt ihr das Ganze schon mal nachlesen, denn ich weiß, ihr wollt eine Entscheidung treffen. Lohnt sich das vielleicht für euch, noch die 70 Euro Bonus mitzunehmen von HTC oder lasst ihr das mit der Pro 2 lieber sein? Jetzt könnt ihr es nachlesen, der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Ja, und wie gesagt, ich softlaunche jetzt damit eben auch meine neue Webseite, mrtv.co. Das war das Projekt, an dem ich so die ganze Zeit gearbeitet habe in den letzten Wochen und sogar Monaten. Und was ich hier machen möchte mit mrtv.co, ich möchte euch meine Reviews zur Verfügung stellen und zwar in Textform. Und zwar alles gebündelt in einer Webseite, damit ihr sofort wisst, okay, wenn ich mich informieren möchte über Headsets, welche Headsets kann man momentan empfehlen, dann hier beste VR-Brillen, mein mrtv Daily Driver. Aber diese Brillen momentan, Reverb G2, Valve Index und Quest 2. Mal schauen, ob die Pro 2 sich da reinarbeiten kann, aber momentan sind das die. Was sind die besten Headsets bis 350 Euro, Playstation 4 Air, Quest 2 bis 700 Euro, Reverb G2 über 700 Euro. Also ihr seht schon, man kann sofort das finden, was man finden möchte. Auch jetzt, was VR-Zubehör anbelangt, da gebe ich euch auch ein paar Tipps an die Hand. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt euch die Vive Pro 2 holt und wissen wollt, hey, was für ein Facecover lohnt sich denn da, um zum Beispiel mehr FOV rauszuholen. Wichtig bei der Pro 2 übrigens, wenn ihr dann mein Review gelesen habt, wisst ihr warum. Dann geht ihr auf VR-Zubehör, Vive Pro 2, Mods und dann, bumm, hier, FOV-Mod oder Mikrofon-Mod. Und dann, dann seht ihr hier, okay, das ist der Mod, ich habe dieses hier benutzt, zum Beispiel. Und ja, dann seid ihr sofort da, wo ihr seid. Oder, wenn ihr euch die Quest 2 geholt habt, zum Beispiel, dann hier VR-Zubehör, Oculus Quest 2, Taschen, Headstraps, Kabel, Gesichtspolster, Linseneinsätze, Router und so weiter und so fort. Also ihr könnt sofort das finden, was ich euch empfehle. Und ich denke mal, das könnte doch für einige eine sehr praktische Website sein. Daran habe ich in den letzten Wochen und Monaten gearbeitet. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Und ja, hiermit dann der Soft-Launch mit diesem Pro 2 Review. Die Seite ist noch lange nicht fertig. Das ist jetzt hier die erste Ausbaufase, wo es erstmal nur meine Reviews gibt und meine Mods und Tipps. Und später in den nächsten Ausbaufasen gibt es dann noch mehr. Aber da kommen wir dann hin, wenn es soweit ist. Momentan erstmal nur der Soft-Launch. Wenn ihr Fehler findet, sagt mir Bescheid, das ist noch nicht fertig. Aber jetzt war es dann endlich mal ein guter Zeitpunkt, damit online zu gehen. Zusammen mit dem Vive Pro 2 Review. Ja, das war es auch schon für dieses kurze Video. Wollte ich euch nur mal Bescheid sagen. Ich bin echt gespannt, was ihr zum Review sagt. Wie gefällt euch das ausführliche Review der Pro 2? Habt ihr da was raus, was praktisches, was Gutes für euch rausziehen können? Schreibt es mir doch mal bitte unten gern in die Kommentarsektion, in den Kommentarbereich. Und auch, schreibt mir nochmal, wie euch die Webseite gefällt. Was gefällt euch da gut? Was könnte man auch besser machen? Ich bin wirklich sehr dankbar für jeden Kommentar und freue mich dann drauf, euch im Kommentarbereich wiederzusehen. Ja, das war es erstmal. Wir sehen uns dann später bei den alternativen Realitäten. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020